hallo freunde der virtuellen realität schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen 1500 abo special und ja wer ihn nicht kennt er ist ben ich bin sebastian und ja schön dass ihr eingeschaltet habt ja 1500 abos sind endlich geknackt und ich möchte mich tierisch bei euch bedanken also vielen vielen dank das wahnsinn was hier der letzte zeit abging ohne ende kommentare ohne ende abos natürlich auch wegen den guten stück hier der pico 4 hat natürlich sehr viel aufmerksamkeit bekommen dann gab es aber auch noch eine schattenseite wer es nicht mitbekommen hat ich bin quasi attackiert worden von irgendwem der meint es witzig zu finden mein kanal mit abokauf und so weiter ja zu unterstützen ja ist eigentlich eher negativ wenn man abos kauft und eventuell sogar likes und klicks ich bin ich mir nicht sicher youtube ist informiert youtube hat gesagt es geht sogar jetzt eine etage höher die wollen jetzt rausfinden was da genau los ist aber ich habe bin stetigen e mail kontakt mit denen und ja da bin ich mal gespannt was da kommt aber die gekauften abos die 500 dies waren die sind innerhalb von anderthalb tagen auch wieder weg gewesen das ist das positive also wir sind jetzt wirklich bei ja wir katzen aktuell kurz vor 1600 aber die 1500 sind geknackt definitiv da bin ich ja auch stolz drauf ich würde auch niemals im leben würde mir einfallen abos zu kaufen weil ich freue mich echt um jedes abo was ihr mir gebt jedes kommentar jedes like was ich mir dann verdient habe durch durch meine videos und das würde ich mir gar nicht nehmen lassen um irgendwie ja einfach mehr abos zu haben ist einfach schwachsinn ich mache das hier aus hobby es wäre cool wenn aus hobby irgendwann ein bisschen teilzeit beruf wird aber er geht es in die hobby schiene halt rein und ja dafür möchte ich mich bei euch bedanken und ja was kann können vr fans am besten gebrauchen ja geld geld braucht man immer aber kies spiele kies habe ich mir gedacht sind gehen immer gut und ja ich habe einige entwickler angeschrieben mit denen schon lange in kontakt bin es sind sogar noch zwei drei in der pipeline wo ich nicht weiß bekomme ich da eventuell doch noch was entschuldigung auf jeden fall habe ich jetzt schon eine ganz gute liste zusammen was ich für kies habe und die gehe ich mal ganz kurz mit euch durch es wird mehrere videos geben mehrere gewinnspiele und dieses intro was ich jetzt hier aufnehmen ist aber an jedem video oder an jedem game gewinnspiel dran also das ist das erste video was ihr dann seht fand ich es am einfachsten so zu machen auch wenigen kommentaren es gibt verschiedene keys verschiedene plattformen auch von der anzahl her ist das teilweise unterschiedlich von daher ist es am einfachsten wenn man für jedes spiel ein eigenes video macht ja wir haben wanderer haben wir ein steam key bekommen wir haben die mio zwei keys bekommen da können uns die plattform sogar aussuchen dann haben wir das secret of retropolis die haben mir sechs keys zur verfügung gestellt drei steam keys drei quest keys dann haben wir after the fall after the fall die haben mir auch sechs keys zur verfügung gestellt also mega auch für meter quest playstation vr und steam jeweils zwei keys und dann haben wir blade and sorcery da habe ich zwei steam keys bekommen und mega also ich finde das sind alles richtig geile games und ich bin super dankbar dass die mir die diese gegeben haben und ja sehr viele entwickler haben auch geschrieben es wäre echt nett aber auch an die leute da draußen die die das spiel eventuell sogar haben alle spiele egal welche schreibt rezensionen wenn euch besonders wenn euch das spiel gefällt schreibt rezensionen meistens schreiben die leute nur rezensionen wenn ihnen was nicht gefällt aber die vr entwickler brauchen unbedingt mehr unterstützung besonders bei steam via ist es so wichtig positive bewertung zu haben als am ranking gibt und so weiter und von daher schreibt positive rezensionen wenn euch ein spiel gefällt das ist mega wichtig und natürlich wenn ihr hier diese spiele auch gewinnen solltet würde ich mich natürlich freuen wenn er dahingehend auch den entwicklern ein bisschen unterstützung leistet ja leute nach diesem video jetzt hier nach diesem intro wird es dann zu den jeweiligen spiel gehen und zu dem jeweiligen gewinnspiel und ja ich gebe mal ab an sebastian ja hier sind wir beim spiel wanderer was ihr hier gewinnen könnt hier gibt es ein steam key zu gewinnen also es gibt nur einen gewinner und wie könnt ihr gewinnen einmal solltet ihr natürlich abonnent auf meinem kanal sein das versteht sich von von alleine dann solltet ihr einen kommentar setzen von mir aus dass ihr das spiel gewinnen möchtet warum wieso weshalb könnt ihr gerne aufschreiben wenn ihr möchtet oder irgendwas zum spiel selber oder was ihr an meinem videos gut findet was nicht so gut oder weiß der geier was und dann muss aber auch ein codewort darin stehen und das codewort werdet ihr nicht zugelassen zum gewinnspiel und das codewort lautet zeitreise ohne das codewort wie gesagt seid ihr nicht dabei und ja ich möchte gerne dass keine bots oder so hier mitmachen sondern dass ihr auch das video hier gesehen habt und ja das dazu ein sendeschluss ist unten in der beschreibung verlinkt und dann nach wird es auch einen live stream geben mit der auslosung und ja das hier ist das wanderer gewinnspiel geiles game kostet 33 990 auf steam und ich kann es nur empfehlen ich habe es immer noch nicht weiter gespielt aber ich habe da einige live streams von gemacht und mir als mega viel spaß gemacht bis dahin und ja ich hoffe dass wir in zukunft weiter so was bekommen dann sage ich mal viel glück an euch allen und danke schön fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss